Ich bekomme Krankengeld. Kann ich von meinem Arbeitgeber die Zahlung der Energiepreispauschale verlangen? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein Arbeitnehmer ist seit Oktober 2021 arbeitsunfähig erkrankt und er erhält ab Dezember 2021 Krankengeld von seiner Krankenkasse, einschließlich auch im Monat September 2022 gezahlt. Habe ich in diesem Fall einen Anspruch auf die Zahlung der bis zu 300 Euro Energiepreispauschale durch den Arbeitgeber am 1.09.2022? So eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de. Die Zahlung der Energiepreispauschale durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer setzt Folgendes voraus. Der Arbeitnehmer muss einen steuerpflichtigen Verdienst aus einem laufenden, am 1.09.2022 bestehenden aktiven Dienstverhältnis haben. Einen Lohnanspruch hat ja unser Arbeitnehmer in diesem Fall nicht mehr, also einen aktiven Lohnanspruch. Aber der Arbeitnehmer erhält aus einem laufenden, wenn auch ruhenden Dienstverhältnis heraus eine Lohnersatzleistung, wie dieses Krankengeld, welches dem sogenannten Progressionsvorbehalt unterliegt. Und ein aktives Dienstverhältnis liegt in unserem Fall auch bei Krankengeldbezug vor. Auch wenn es ruht und nicht vor dem 1.09.2022 beendet war. Insoweit hat unser Arbeitnehmer bei Krankengeldbezug am 1.09.2022, wenn das Arbeitsverhältnis oder Dienstverhältnis noch besteht, einen direkten Zahlungsanspruch auf die Energiepreispauschale an oder durch den Arbeitgeber. Dieser muss zahlen, auch wenn der Arbeitnehmer keinen echten Lohnanspruch mehr hat. Näheres zum Thema Energiepreispauschale finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.